So sieht der tropische Wirbelsturm von oben aus. Im Auge selbst ist es fast windstill. Die hohen Windgeschwindigkeiten und die enormen Niederschläge verursachen große Zerstörungen. Taifune heißen die tropischen Wirbelstürme in Ostasien. In Australien und am Indischen Ozean spricht man von Zyklonen. In der Karibik und in Nordamerika sind sie als Hurrikane, englisch Hurricanes, gefürchtet. Auch das hier ist ein Wirbelsturm. Er tritt meistens über dem Land in den gemäßigten Breiten auf. Es ist ein Tornado.